Nächster Endboss. Oh Gott. Das Küken. So, du kannst ja probieren, ob du was reißen kannst. Wird vermutlich nicht klappen, aber du darfst es gerne wieder aufladen. Was ist denn hierher? Ich gebe dir mal Honig. Für unseren Web vollen Honig, den wir von Burakata Feuer gekauft haben. Prostar. Du bist so totküken. Prostar ist auf Level 7, oder? Ne, das war bei Lisa. Oder ich glaube, wir sind Level 7 bei Prostar. Ne, Level 4, scheiße. Gut, dass wir die Zauber so gelevelt haben. So, ich habe jetzt keine Gnade und werde jetzt so viel rauffahren, dass nicht mal der Schaden angezeigt wird. Guck mal, ob ich es hinkriege. Ah ne, das Intervall ist ein bisschen zu lang. Ist egal, wir haben uns keine Gnade mehr, wir wollen den Nebenbukan jetzt erschaffen. Ich will ihn aufladen, warte ich. Ich werde das noch aufnehmen bei. Cool, Frosse hat es geschafft. Oh ja. Ich mache jetzt noch einen und dann lasse ich dich schlagen. Dankeschön. Wenn es da nicht tot ist. Kannst ja drauf draufhalten, denken du hast es getötet. Hier, we go. Was? Suria. Geil an die. Der Kerngeschön. Voll gut ey. Den hol ich jetzt noch mal runter. Komm er. Der gehört mir. Da oben stimmt er jetzt man. Nein, der gehört doch mir. Ich habe ihn gekillt, ja. Hast du gut gemacht mit deinem Kopf. Durch meinen harten Blick habe ich ihn ausgelöscht. Dadurch schaffen wir jetzt vielleicht auch noch den letzten Boss. Dadurch, dass ich hier so abgegangen bin. Weil mehr als vier waren es glaube ich nicht. Kann auch sein, dass es schon der letzte war. Ich glaube es kommt. Ja, du bist der Tollste. Es kommt noch ein Drache. Oder noch. Fuck. Naja, fast zwar. Es kommt noch ein oder zwei Drachen mindestens. Immerhin kriegt man die Energie aufgefüllt. Ein kleines Goodie. Ich hasse die Igel, älter Sonic. Den Fuß können wir killen. Wenn die Geister uns vorher nicht ficken. Geh weg. Die warten glaube ich. Wo drauf? Was wir aufgeben? Darauf uns mit einem Zauberer vom Bildschirm zu ficken. Instant Fick. Oh, war schön. Tschüss. In den nächsten Bildschirm gekickt. Oh, wir dürfen ja speichern. Ist ja mal lieb. Das hätte man vor der Schlange auch sich gewünscht. Besiege ihn Drachen links vom Wald. Schon wieder. Ah, schön dein Drache. Aber wenn wir so schnell... Wenn wir so schnell vorankommen, können wir das noch... Was ist das? Siegel of Manor? Siegel of Dragon? Naja, die dachten sich Drachen sind voll episch und so. Machen wir nochmal 5. Die genau dasselbe Outfit haben, nur eine andere Farbe. Rein in die Höhle, rein in die Höhle. Scheiß auf den scheiß Pilz. Geweckt da. Nächster Endpost. Oh mein Gott. Ein anderes Farbsetting. Er muss stärker sein. Das ist die Normaler, meine Freunde. Oh, das sind getroffen. Oh mein Gott. Er hat den ersten Endpost verletzt. Nein, ich meine ich dich. Komm her. Du musst ihn nur noch 29 Mal treffen. Was hat er mit dir gemacht? Froster mal wieder. Oh, das ist ja schwer. Ich bin ja nicht stärker geworden mit Froster oder so. Ich lad jetzt auf. Lad mal auf. Ich lad auf. Hätte keine Chance gegen mich. Boah. Ich ziehe fast 500 ab, ey. Junge, wenn ich das noch dreimal mache, ist er weg. Okay, ich lass dich jetzt aufladen. Na, ey. Mach ich noch. Du darfst ihn dann wegkommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oh, ich ziehe fast 500 ab, ey. Go, Andy. Go, Andy. Go, Andy. Go, Andy. Boah. Schön. Komm, den letzten Schlag schaffen wir mit dem Waffen. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Nein. Nein. Ich muss Lisa steuern. Ja, komm, wir machen. Warum kann ich der kleinen nix geben? Warum gebe ich dir was, ey? Verdienst das gar nicht. Dafür, dass ich gerade so gut gemacht habe. Danke. Du darfst ihn. Na, komm, ich hau jetzt eine Frostbälle raus und dann weg. Nix, dann krieg ich vorher. Wenn ich mal eine Punkte hätte. Oh, vorher auch. Ne, ich geh auch nochmal sicher. Nein. Nein. Stopp. Alter, hau rauf, hau rauf. Kaffee nochmal. Ich hasse dich, Alter. Ich weiß. Los, Lisa. Ja. Der geht so richtig schön auf Selina. Der geht so richtig schön. Oh, oh. Dude, wird es nicht Selina. Mit der Macht des Honig. Joa, 358 Schaden. Scheiße. Ich heile es mal nochmal. Der Honig ist noch nicht mal angekommen bei ihr gerade. Doch, jetzt. Wie du gerade aus dem Bild geheilt wurdest. Ja, ich habe ihn. Ich lasse es. Ich versuche eine ganze Zeit Froster abzufackeln. Aber er fackelt gerade die ganze Zeit Selina ab. Der ist gar nicht blöd, der Junge. Ich werde das bereuen jetzt. Weil Andi nicht trifft. Und jetzt stirbt du, Motherfucker, Alter. Aber du hast ihn fast gekillt. Ich wette, der hat jetzt noch 30 Kp oder so. Schade, das nicht geklappt hat, wäre episch gewesen. Aber nein, was soll's. Gern geschehen. Komm, den letzten Mal schaffen wir noch. Wenn wir nochmal speichern dürfen. Ich weiß, dass es noch ein Drache auf so einer Steinplattform gibt. Also es muss auf jeden Fall noch reingehen. Ich bin gerne dabei. Endboss-Marathon hier. Ein Orb nach anderen in die Fresse geschmissen. Hier, nimmt die Orb. Wir brauchen sie nicht. Ops? Nö. Wir müssen auf unsere Zahl kommen. Wir haben eine ganze Höhle da hinten voll. Ja. Der abtraktiv. Es tut mir wieder zurücklaufen. Scheiße. Aber fucker. Was schön wäre, wenn uns auch die Magie-Punkte auffüllen würden. Nö пу. Du hast keine Travelnuss in mir, ne? Doch. Eine müsst' ich noch haben, oder? Scheiße. Aber ich hab noch volle Mp bei Selininalere und es ist fast 50. Es ist schaffen. Meine Freunde. Dööööööööööööööööööööö wijwollte jetzt energie-schüt machen. Müsste auch bald Level 3 haben. Du musst aber aufpassen, wenn die in die heil mit ihr ne? Jaja Er ist nur damit, wir erstmal nicht getroffen wären. Der nächste boss ist eh nicht mehr weit und wir fucken jetzt nicht mehr so viel rum Und da war schon der erste treffer Willkommen meine Freunde. Ich bin der Baum, der mit euch redet. Hallo. Hallo Freunde, speichern. Wir hätten nicht mal billig save staten müssen, wenn die scheiss Schlange einen speicherpunkt gehabt hätte, ja Den kann man killen aus genug tun. Nur auf den anderen aufpassen. Geh weg! Schaffst du es? Ne, schaffst du nicht. Warte, ich habe ihn gleich. Oh oh. Nicht gut. Okay, lass weitergehen. Scheiß drauf. Drache, 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 Drache. Go, 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 go. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich lauf gleich unten rechts mal rein, ne? Ja, lauf mal rein, ich heile uns. Wenn du drin bist, ist es auch okay. Guck mal, wie der Pilz da abdeht. Schlag den Pilz mal. Okay, habe es erledigt. Wie wir uns vom Bildschirm in den nächsten retten, Alter. Schutz Aura, weitergehen, weitergehen. Weiter, 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 hoch, 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 go. Selina! Schlag die Büsche, Mann. Schlag die Büsche. Schlag sie. Alter, wie viele Bildschirme jetzt hier auf einmal kommen wieder, das stickt uns gerade so richtig. Weiter. Scheiße. Weiter, weiter, lauf weiter, lauf weiter. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss mal kurz alle Gegner erleben. Diese Frostwelle. Damit die Gegner mal kurz die Fresse hätten. Äh, gibt mal ein, äh, nee, nee, nee. Ne, wäre was anderes sehr viel lieber. Ist hier noch ein Bildschirm? Oh scheiße, scheiße, scheiße. Ich sehe schon, wir müssen gleich nochmal laden. Ich bin auch tot. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh! Ich muss also eh... Ich schalte dich raus, Mann. Jetzt! Oh, knapp. Bin raus. Knapp. Bei einer wäre ich gestorben, weil du dich nicht rausgeschalten hast. Oh fuck. Oh fuck. Ich will jetzt kein Lebenswasser benutzen, weil wir eh eh alle gefickt sind. Ich probiere mal das Suicide Mission hier. Wir können ja nochmal laden, wir haben eh gerade gespeichert. Jo. Oh cool. Und laufen. Ach, wie die abgehenden Gegner, Alter. Wie viele Wege es hier schon mehr gibt? Jo, ne? Feuermutant. Jo. Jo, kein Drache oder so. Mache Lebenswasser. Ich werde dich aber zuletzt wiederbeleben. Ist okay. Oh, wir sind ein Boss hier. Nein, heben wir uns den letzten Bisschen auf. Oh oh. Oh oh. Okay, jetzt belebe ich dich mal wieder. Ich habe noch gar nicht gesehen, auf was der gerade abgeht. Rocky. Okay, jetzt brauchen wir Lisa. Cool, ein HP abgezogen. Schon wieder teure Zauber. Ich teste mal den billigen. Ja. An die Spiele. Du darfst gerne aufladen, aber... Oh, so ein Wichser. Ich nutze hier dran. Ein Energieschild noch mal und dann ist gut. Den Rest heben wir uns zum Heilen auf. Oh shit. Der kommt gleich. Der kommt gleich. Da ist er. Aus der Diener, was denn los? Kack nicht rum. Was? Was denn los, man? Probleme? Wir hatten gerade 300 abbezogen. War das... Ich war das. Ja, ja. Schon klar. Nein, mit einem aufgeladenen Schlag gerade. Der kleine Andi hat es geschafft. Ja, siehst du mal. Oh, das kacke. Ich darf nicht zu viel machen, weil wenn er sich dematerialisiert, dann ist der Schlammbaum im Arsch. Und die Kosten. Das wird eng. Sobald er kommt, haue ich erstmal drauf. Ich habe jetzt 7 aufgeladen. Mach das. Mein Zauber braucht eh eine Weile. Und da ist er. Du darfst draufhauen jetzt. Ich muss weg dafür. Ne, wenn du dir 3 Sekunden Zeit lässt, lässt du uns Zeit sein, Zauber zu machen. Das ist scheiße. Okay, ich habe ihn immer noch getroffen. Du erkennst die Nahe, dass der Schatten sich bildet. Ich werde in dem Moment auch den Zauber aussprechen. Okay. Dann weißt du genau, wann er da ist. Jetzt. Schön. Wunderschön. Wunderschön. Kannst du tatsächlich was beitragen. Hey. Du darfst gleich wieder aufladen. Bin dabei. Oh, oh. Ach, ich dachte er greift zu Lina. Hat er nicht. Ich finde es geil, dass man auch mal ein bisschen mit Waffen jetzt ein bisschen mit einbringen kann hier. Andi darf auch was machen. Das ist so unglaublich toll. Und er kommt jetzt. Genau hier, wo ich stehe. Lass kreisen, Mann. Hat diesmal glaube ich nicht geklappt. Alter. 600, Mann. Noch ein Beweis dafür, dass wir ihn gar nicht erst zum Zug kommen lassen dürfen. Vor allem unseren Heiler töten. Oh, der fucker. Gleich noch eine Schlammbombe. Ja, Lisa ist tot. Wir haben noch ein Lebenswasser. Den kriegen wir aber noch. Ich habe ihn gerade glaube ich fest. Das ist so einer, den man festnageln kann. Irgendwie habe ich es vorher nicht gepackt. Aber jetzt packe ich es gerade. Ich kann auch nur noch zwei Schlammbomben machen. Ich denke er ist weg jetzt. Nein. Alter Scheiße. Ich kann ja mal Energiesug probieren bei ihm. Äh, Magiesug. Wie viel ich da rauskriege. Geil. Scheiße, Alter. An die Box erstmal. Alter, wie viel Energie hat der noch? Wie hat der noch? Wie hat der noch? Weiß ich nicht. Der hat sich gerade dematerialisiert. Ah, ich kann noch eine machen. Gut. Ich werde nochmal Analyse auf ihn feuern. Scheiße, ey. Voller spannende Kampfe gerade. Warte. Warte. Wenn er uns trifft, sterben wir. Geil. Schön, schön. Er ist weg. Oh, schön das Finale. Richtig schön. Dein Schwert nochmal die letzten 300 gemacht und meine letzte Schlammbombe nochmal raufgehauen. Ja. Schön. Geilster Bossfight. Bisher die anderen waren eher so sterben oder gewinnen. Heftig. Ich würde gerne speichern, weil vor den durften wir gar nicht speichern, ne? Yes. Was? Geil. Okay. Ich weiß, das war jetzt das 8 Schwert-Op gerade. Ja, war's. Ich bin der Stufe 7. Ich weiß nicht, ob das dann das Mana-Schwert ist oder ob das Mana-Schwert wird, wenn es dann magisch aktiviert wird. Ich glaube ja, Mana ist ja dann so das 9. Also auf jeden Fall das letzte Ort, da hast du die ultimative Attacke dann. Andi ist geschockt von der Epischkeit. Ist so. Ja, wir gucken wir mal noch was im nächsten Bildschirmes, würde ich sagen. Bin ich gerne dabei. Ich folge dir. Wo soll ich hin? Hier soll ich hin? Gehen wir nach oben. So, wir haben jetzt... Fuck. Nochmal ein Safe State gemacht. Einfach nur mal, weil wir jetzt eigentlich aufhören wollen für heute, aber wir wollen nochmal gucken. Nur für euch und für uns und für alle hier beteiligt. Kommt. Oder wir gucken, bis wir sterben. Ich fick dir mal hier oben. Ja, wir haben eh keine Magiepunkte mehr. Level Up. Lisa Recht Level 53. Und ich auch. Es kommt tatsächlich noch ein Speicherpunkt. Also hätten wir gar nicht cheap sein müssen. Aber wir werden eh nochmal weg müssen. Oh, das wird Spaß hier wieder her zu laufen, Alter. Das ist der letzte Boss, das weiß ich, glaube ich. Also beim nächsten Mal werden wir den Nebelvukan wegrocken und dann... Oder ein Schwert auf Level 8 haben. Und wir werden noch zu Berthe gehen und Andi sein scheiß Schwert geben. Ja, das muss auch sein, mein Freund. Alles klar. Das war unser Inventar. Bis nächste Mal. Bei Let's Play Together. Secret of Mana. Ja, Bitches. Ja. Mit dem Spaß Andi und meiner geilen Wenigkeit. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.